Und willkommen zurück zu Folge 112. So, in der letzten Folge haben wir uns schon ein bisschen vorbereitet, damit wir so langsam diese Speicherzelle hier bauen können. Dann werden wir jetzt erstmal hier mit anfangen. Dann brauchen wir Glas und Wettstone. Glas. Glas, Glas, Glas. Wo bist du denn? Da ist noch Glas. Und Wettstone vielleicht noch ein Paket. Das wäre gar nicht schlecht. Und vielleicht zur Not, der Eisen haben wir noch genug in der Hand. Äh, was brauche ich noch? Achso, Klostein-Dust hier. Dann fangen wir erstmal damit an. Und dann so. Ah, ne, wir brauchen noch eine Speicherzelle. Ich trötele. Die wir schon mal machen. Ah, da fehlt dieses Zeug hier. Oh, es ist da. Dann kann ich die hier noch rausholen. Und die hier. So. So. Also jetzt wird es dann nur der Eisen. Okay. Das ist eine gute Aussage. Düm, düm, düm. Dankeschön. Achso, jetzt wird das Zeug hier. Äh, aber nichts mehr hier. Habe, aber dann noch was hier. Und. Hüpp. Dann wieder hier so, 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 so. Da können wir die inneren Dinger noch. 21 Stück habe ich schon. Brauche ich aber noch welche von. Und ich brauche noch ein Stack für ein Zeug. Und ein Stack wird es da. Hier gar nicht schlicht. Halbes Stack zumindest, dass er wieder aufgefüllt ist. Ja, halbes Stack davon und. Mach mir davon, da brauche ich auf jeden Fall noch mehr. Ja, nee, dieses Quarzzeug. Kann ich das hier irgendwie herbekommen? Ja, toll. Toll, 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 toll. Toll. Aber sind sie anders? So, schauen wir mal, wo ich das noch herbekommen kann. Damit kann ich es verbauen. Damit kann ich es verbauen. Schablone, äh, die werden auch noch teuer. Nein, 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 Mixer. Nein. Nein, Mist, ich kann hier nirgendwo anders wirken. Ich kann das, glaube ich, durch. Sach mal schnell durch Handeln bekommen. Aber das ist auch natürlich eine schwierige Angelegenheit. So, wie viel hast du noch? 28, nice. So, so, so. Brauchen wir gar nicht mehr viel. Wir brauchen nur noch sieben Stück. So. Dann, schnell das Rezept hier reinballern. Aber warm. So, 1, 2, 3. Habe ich jetzt viele davon gemacht? Ich brauche, glaube ich, noch mehr davon, ne? Ich brauche mehr davon. Aber ich brauche nur 27 von den Dingern. So. Jetzt fehlen die hier. Oh, da fehlen mir doch viele. Jetzt habe ich nur noch eine Einheit davon. Klop. Klop. Äh, Glas. Dankeschön. Jetzt fehlen mir da welche von. Sechstes Stück davon. Könnte ich schon mal... Ne, das kann ich gleich machen. Ähm. Gold. Redstone. Ich habe nichts mehr hier. Ich habe gar nichts. Nothing, nothing, nothing. Na, geht das Redstone auch so, obwohl da habe ich noch ein paar Sex von. Aber geht den auch runter. Muss ich dazu sagen. Es geht den auch ganz schnell weg. Dann schmeiß mal rein. Tue hier Kohle rein. Am besten massiert. Zwei. Zwei. Bisschen uner Trottel. Er wurde die zwei Dinger jetzt hingepfeffert. Hallo? Ach, da unten habe ich die reingeschmissen. Die mal hier rein. Hallo? Wo sind wir denn hier? Jetzt mach. Der eine ist gleich schon fertig da oben. Komm schon. Komm schon. Drei Stück. Den vierten brauche ich jetzt gerade nicht. Die. Äh. Specherzellen. Ich habe, glaube ich, zu viele gemacht. Ich habe zu viel von den Specherzellen gemacht. Ist auch egal. Und Goldstone. So. Jetzt kommen wir zum zweiten Prozedere. Dem hier. Brauchen wir. Das sind Großprozessoren. Das sind die großen, ne? Dann werden wir jetzt gleich davon welche fehlen. Dimm, 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 dimm. Glas in der Mitte. Und ich glaube hier. Jetzt sind wir die Dinger. Dafür war nötig Diamant. Diamanten. Diamanten und Silizien. Silizium habe ich wieder natürlich nicht. Aber Diamanten. Da können wir weiß ja nichts. Zehn Stück vor machen. Zehn davon. Aber Silizium brauche ich jetzt. Ja, haben wir es noch. Schmeißen wir hier rein. Ah, fertig. Fertig. Auch fertig. Ich hole jetzt die ganze, das ganze Zeug hier weg. Ich brauche Material. Komm schon, ich brauche noch mehr. Ihr Schnarchtüten. Seid da alle Schnarchtüten. So. Dann wollen wir wieder Whetstone. Bleibt da alles nicht aus hier. Ich habe keinen Platz für Silizium. Es kann raus, Dix. Dankeschön. 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 Auch Diamanten. Letztone. Meißel oben drauf. So. Schneller, schneller, schneller. Komm raus, da. Hier brennt den Mist. Da kann irgendwo anders reingeschmissen werden. Da können ja. Sechs Stück raus. Hier kommen noch drei rein. Da kommen noch drei rein. Silizium her damit. Hauptsache kriege ich Material jetzt ganz schnell. Ich will das noch fertig machen. Denn danach muss ich die Session erst mal unterbrechen. Meinerseits. Denn dann ist meine Festplatte wieder voll. So. Komm. Ein Prozessor davon. Noch mal drei davon. Da brauchen wir auch noch einen. Ist das jetzt richtig hier? Ne. Da brauchen wir einen Basic oder einen goldenen Großbritze. Da brauchen wir doch. So. Und Glas. Was ist in der Mitte? Da ist es. Nein. Oh. Glas. Da brauchen wir ein Cluster. Jetzt brauchen wir Whetstone. Glas. Eisen. Und eine Speicherklasse in der Mitte klatschen. So. Danke. Kann alles wieder hier erst in die Kiste rein. Oh. Beim nächsten Mal sowieso gleich wieder. So. Und dann würde ich sagen. Rein damit in die gute Stube. Jetzt haben wir 29 Einheiten. Wie viele hast du noch? Ja. Du hast noch genug. Auf jeden Fall läuft's. Auf jeden Fall läuft das. Das ist super. Und dann habe ich jetzt was anderes vor. Wir müssen ja irgendwie Energie reinbekommen. Beziehungsweise müssen wir ja das Zeug irgendwo hinbekommen. Und dann würde ich sagen. Würde ich sagen. Ne. Das können wir mit dem Zug machen. Oder pumpe ich das dann raus. Und dann pumpe ich das raus. Das ist die andere Sache. Am besten Weizen rauspumpen. Weizen und die Dinger auch rauspumpen. Muss ich ja irgendwie rauspumpen. Dann muss ich noch ein Zusatzgerät unten drunter bauen. Damit das funktioniert. Gut. Aber ich würde sagen. Wir haben jetzt die 64.000er Speichereinheit gebaut. Dann verabschiede ich mich von euch. Und würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Flash. Und tschüss. Und nicht vergessen. Ich habe ab und zu. Ja. Ich habe jetzt seit dem neuesten. Twitter. Aua. Das wisst ihr ja mittlerweile schon. Weil bis diese Folge raus ist. Muss ich jetzt gerade mal schauen. Dann haben wir schon. 100. Ähm. 12. Dann haben wir schon den. Nikolaus haben wir dann schon. Bis dahin. Euer Flash. Und tschüss. Sünden. Vielen Dank.